Hallo und herzlich willkommen bei Search One, das Magazin für Online-Marketing, erfolgreiche Websites und digitales Business. Mein Name ist Sascha. In diesem Video geht es um die allerneueste Version von WP Rocket, und zwar 3.9. Diese hat mehrere wundervolle neue Features, die ich im Detail vorstellen werde. Im Archiv findest du bereits ein Video zu 3.5.1. Das ist schon ein vollständiges Tutorial. Da sich aber genügend geändert hat, haben wir uns überlegt, einfach nochmal einen vollständigen Überblick zu liefern. Also ein komplettes Tutorial anhand einer bestehenden Website von Kai. Mit Fokus auf alle wichtigen Features und die neuen stelle ich dir natürlich auch ausgiebig vor. Ein kurzer Scroll durch die Website von WP Rocket zeigt, ja klar, jeder braucht auf jeden Fall eine Caching-Lösung, um die Website schneller zu machen. Mittlerweile gibt es über 1,7 Millionen Nutzer von WP Rocket. Das gibt Sicherheit für Support und zukünftige Updates. Die Geschwindigkeit deiner Website wird immer wichtiger, nicht nur für deine Besucher, sondern auch für die Suchmaschinen-Optimierung. Google legt immer mehr Wert darauf, dass die Websites im Index so schnell wie möglich sind und belohnt das auch in der Regel mit besseren Rankings. Klar, es ist nur ein Faktor, aber es ist auf jeden Fall einer. Außerdem, und das ist auch breit nachgewiesen, schnellere Websites konvertieren besser. More money, more money, more money. WP Rocket bietet Page Caching, das ist natürlich die Basisfunktionalität. Einmal gecached muss eine Seite nicht wieder von vorne neu aufgebaut werden. Und das führt dazu, dass das nächste Laden der Seite ultra schnell passiert. Jetzt muss das Ganze noch gut und schnell über die Leitung geschickt werden und dazu werden Dateien auch automatisch komprimiert. Der Server erstellt sozusagen eine ZIP-Datei und schickt die ZIP-Datei an den Browser und dein Browser muss die ZIP-Datei dann entpacken und anzeigen. Kostet ein bisschen mehr Rechenpower, geht aber deutlich schneller. Deine Website hat mehr als ein paar Seiten, sagen wir 100 oder gerade 1000, dann kannst du sie automatisch im Hintergrund vorcachen lassen. WP Rocket geht also durch die gesamte Datenbank und erstellt bereits gecachete Versionen. Gewisse Dateien, die oft verwendet werden, zum Beispiel CSS und JavaScript und Bilder, können auch im Browser, also im Navigations-Device, zwischengespeichert werden. Und auch das erledigt WP Rocket für dich. Was aber für Version 3.9 besonders cool ist, WP Rocket unterstützt die Optimierung der Core Web Vitals. Falls du dich damit noch nicht beschäftigt hast, wird es jetzt langsam Zeit. Im Juli 2021 sollte das Ganze eigentlich schon gelauncht sein. Google hat es jetzt um, ich glaube, ein, zwei Monate nach hinten verschoben. Aber es wird auf jeden Fall kommen. Das ist schon in Stein gemeißelt. Und aus SEO-Sicht würde es sich auf jeden Fall lohnen, mit diesen drei Begriffen sich auseinanderzusetzen. Largest Contentful Paint, ich hätte fast Payne gesagt. First Input Delay und Cumulative Layout Shift. Wenn wir hier mal ein wenig durchscrollen, dann sehen wir auch, was es mit diesen drei Punkten auf sich hat. Der LCP oder Largest Contentful Paint misst, wie lange es dauert, bevor, ich sage mal, der Hauptblock ganz oben auf deiner Seite, das ist hier oft die Hero-Section oder ein Featured Image, wie lange es dauert, bis das angezeigt wird. Je schneller das angezeigt wird, desto besser ist das aus SEO-Sicht, aber natürlich auch für den Besucher. Wir sehen auch schon, in welchen Zeitrahmen diese Objekte geladen sein sollten. Der CLS oder Cumulative Layout Shift ist ein Wert zwischen 0,1 und 0,25, beziehungsweise gibt es natürlich auch Zahlen davor und danach. Und der misst, wie oft sich die Elemente auf deiner Seite hin und her bewegen. Das können zum Beispiel Bilder sein, für die keine Dimensionen definiert sind. Das hast du bestimmt schon mal gesehen oder erlebt. Du scrollst auf einer Seite runter und möchtest auf einen Button oder Link klicken. Und dann verschiebt sich das gesamte Layout, weil zum Beispiel oben drüber noch ein Bild geladen wird. Und du klickst nicht auf den richtigen Link oder Button, sondern daneben oder vielleicht sogar auf irgendeinen falschen Button. Dabei hat es sicherlich schon einige unangenehme Unfälle gegeben. Jedenfalls WP Rocket unterstützt uns auch bei der Optimierung hierbei. Wie schnell ist deine Seite bereit, User-Input entgegenzunehmen? Also zum Beispiel das Klicken eines Buttons oder Links oder Scrollen. Das wird über den First-Input-Delay gemessen. Und Werte hier von unter 100 Millisekunden sind gut. Alles andere ist verbesserungswürdig. Wenn du mehr über die Core-Web-Weiters erfahren möchtest, dann kannst du dir dieses Video von Kai anschauen. Der hat diese drei Begriffe hier nochmal wundervoll, auch mit ein paar Beispielen herausgearbeitet und erklärt. Den Link dazu findest du unten in der Description und natürlich auch im Artikel. HeyUni.de ist die Website, die wir optimieren wollen. Die wollen wir schneller machen. Und hier werden wir damit anfangen, einmal WP Rocket zu installieren. Aber schauen wir uns erstmal kurz die Website an. Hier geht es um die Fragestellung, sollte ich erstmal studieren oder doch jetzt schon auf Reisen gehen? Ich scrolle einfach mal so ein bisschen durch die Seite durch. Wir sehen hier Google Maps Elemente, einige Bilder, ein wenig Text. Hier ist Werbung auf Türkisch. Das liegt daran, dass ich aktuell in der Türkei lebe. Davon verstehe ich natürlich kein Wort. Ja, und hier gibt es natürlich einige Unterseiten. Und ein paar davon gucken wir uns auch im weiteren Verlauf mal an. Jetzt aber zuerst mal zurück nach oben und in den Admin-Bereich. Ich habe meinen Werbeblocker extra abgeschaltet bzw. hier ein ganz neues Profil erstellt. So werden wir auch zwischendurch in den Genuss von Werbung kommen. Das ist ganz gut, weil der gibt uns auch Aufschluss darüber, ob die Werbung an sich vielleicht auch ein Performance-Problem darstellt. Nachdem du WP Rocket gekauft hast, hast du Zugriff auf den Account-Bereich. Und hier hast du die Möglichkeit, WP Rocket runterzuladen. Wie du siehst, haben wir eine Unlimited-Lizenz, weil wir sind von dem Tool und von dem Plugin so überzeugt, dass es sich wirklich lohnt, da rein zu investieren. Also ich klicke mal hier drauf und schon habe ich WP Rocket 3905 heruntergeladen. Nach dem Runterladen haben wir also im Downloads-Verzeichnis die Datei WP Rocket, Versionsnummer.zip. Jetzt einfach im Admin auf Plugins gehen und dann auf Installieren. Als nächstes Plugin hochladen, Datei auswählen. Klick auf Downloads und dann die ZIP-Datei auswählen. Open und jetzt installieren. Die Installation hat geklappt, jetzt nur noch aktivieren. Auf heyuni.de gibt es einige Plugins. Wenn wir jetzt runterscrollen, dann tatsächlich hier ist WP Rocket. Mit einem Klick auf die Einstellungen kommen wir auf diese Seite. Und siehe da, während ich aufnehme, ist WP Rocket 3.9 von der Beta in die Release-Version gegangen. Also muss ich mich ganz schön beeilen. Nach der ersten Installation werden wir auf das Rocket CDN hingewiesen. Das brauchen wir aktuell nicht. Ich erkläre später, wozu das gut ist. Es werden gerade Seiten vorgeladen. Das können wir theoretisch jetzt auch beenden, weil wir ja noch einiges an Einstellungen vornehmen. Und wir brauchen auch keine Daten an WP Rocket schicken. Stattdessen wollen wir direkt mit den Einstellungen loslegen. Und hier auch der Hinweis, dass WP Rocket bereits aktiviert ist und auch schon im Hintergrund, auch im Vordergrund cached. Vielen Dank für den Hinweis. Um eine Art Baseline zu bekommen für unsere Performance, habe ich heyuni.de die Startseite mal über die PageSpeed Insights laufen lassen. Und hier sehen wir auch schon, wir befinden uns noch im roten Bereich. Hier haben wir auch Werte für First Contentful Paint und die ganzen anderen Werte. Das Interessante bei den PageSpeed Insights ist, man kann runterscrollen und unter Diagnose auch einige Informationen daraus finden. Zum Beispiel, welche Elemente Google verwendet, um dieses Largest Contentful Paint Element zu bestimmen. Hier sehen wir, in der mobilen Ansicht ist das tatsächlich der erste Paragraf. Der sollte ja eigentlich relativ schnell geladen sein. Das kann natürlich unterschiedlich sein, je nachdem, ob die mobile Version ausgespielt wird oder eben die Desktop-Variante. Wir sehen ja hier auf der Desktop-Variante, auch wenn ich das mal schließe für die aktuelle Zeit, haben wir hier oben einen großen Werbebanner, Google Ads. Außerdem lassen sich hier auch die Elemente identifizieren, die eventuell dafür zuständig sind, das Layout zu verschieben. Google sagt uns also tatsächlich, was diese ominösen Elemente tatsächlich sind. Beginnen wir mit einer Tour durch WP Rocket und dazu klappen wir einfach mal das Menü hier ein. Dann haben wir nur noch WP Rocket. Im Dashboard werden mir die wichtigsten Funktionen angezeigt. Hier im Dashboard ist vor allem wichtig, dass du den Cache leeren kannst. Das ist der allgemeine Cache. Manchmal, wenn etwas nicht richtig aussieht, dann ist das vielleicht der erste Schritt, den du ausprobieren kannst. Der Cache Preload ist die Funktion, mit dem du deinen Cache auffüllen kannst. Also angenommen, du hast 100 Seiten, gerade Änderungen vorgenommen und du planst jetzt nicht in den nächsten, ich sag mal, mindestens 12 Stunden, besser 2, 3, 4 Tage etwas zu ändern, dann kannst du mit dieser Funktion arbeiten. So richtig lohnt sich diese Funktion aber auch nur, wenn du weißt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt es Besucher hageln wird. Normalerweise funktioniert es auch ohne den Cache Preload oder sagen wir mal so, wenn deine Website so starke Performance Probleme hat, dass sie nur noch überleben kann. Wenn du den Cache Preload verwendest, dann solltest du vielleicht eher darüber nachdenken, vielleicht erstens den Hoster zu wechseln, beziehungsweise einfach mehr Hardware zu buchen, also einen schnelleren Hosting-Server oder auch mit einem Content-Delivery-Network zu arbeiten, zum Beispiel das Rocket CDN oder eines der Alternativen. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Besonders zu empfehlen, finde ich, sind die Videos von WP Rocket und die Dokumentation. Hier steht zwar, liest die Dokumentation auf Deutsch, aber wenn man auf die Seite kommt, ja, man könnte natürlich die Translate-Funktion verwenden, aber die Dokumentation von WP Rocket ist durchgehend auf Englisch. Sie ist sehr, sehr gut, aber durchgehend auf Englisch und deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt mal auf Deutsch an. Im Bereich Cache haben wir die Cache-Grundfunktionen und von denen gibt es insgesamt drei. Zuerst aber mal der Blick auf die rechte Seite. Hier gibt es immer passend zu dem, was du hier links liest, Hilfe. Allerdings brauchen wir die nicht unbedingt. Wir können das Interface ein bisschen sauberer machen, wenn wir diese Seitenleiste einfach ausblenden. Du kannst auch immer auf, brauchst du Hilfe klicken und dann geht hier ein kleines Fenster auf der rechten Seite auf und hier findest du die gleichen Links. Ich mache das jetzt hauptsächlich deswegen, damit das Ganze hier schön aufgeräumt aussieht und wir den Überblick behalten. Grundsätzlich ist die Caching-Funktion ja aktiv, sobald WP Rocket angeschaltet ist. Hier kann man noch einstellen, ob auch mobile Seiten oder mobile Versionen gecached werden sollen und ob hierfür ein separater Cache erstellt werden soll. In der Vergangenheit war das ja üblich, Mobilseiten separat zu bereitzustellen, sage ich mal. Außer du hast ein wirklich sehr altes WordPress-System und es nie zwischendurch geupdatet oder nie zwischendurch das Theme gewechselt, solltest du hierbei bleiben. Bei diesen Grundeinstellungen Caching für mobile Geräte aktivieren und einen separaten Cache brauchen wir höchstwahrscheinlich nicht. Der personalisierte Cache ist nur wichtig, wenn du viele angemeldete Benutzer hast. Also angenommen, du benutzt ein Mitgliedersystem, wo jeder seinen eigenen Username hat, eigene Eigenschaften. Die müssen ja jedes Mal frisch aus der Datenbank geholt werden. Und solche Anfragen würden dann nicht gecached werden. Wenn du jedoch über sehr viele Mitglieder verfügst, also sagen wir, es sind gleichzeitig am System immer hunderte von Personen angemeldet, dann kann es durchaus sein, dass das hier Sinn macht. Die meisten Leute sollten dies allerdings ausgeschaltet lassen. Sollte eine Cache-Datei älter als 10 Stunden werden, dann wird sie vom System automatisch generiert. Natürlich kannst du den Wert hier frei einstellen oder auf 0 setzen, dann werden Cache-Dateien nicht regeneriert. Vor allem dann, wenn sich an deiner Website so gut wie nie etwas ändert, könntest du den Wert durchaus anheben oder sogar auf 0 stellen. Sagen wir, du hast eine Website, die hat 10, 20 Unterseiten. Die hast du einmal erstellt und jetzt kommen vielleicht einmal im Monat neue Inhalte hinzu. Dann würde ich diesen Wert tatsächlich auf 0 unbegrenzt lassen. Jetzt wird es interessant, denn die eigentlichen Optimierungen beginnen. Wir schauen uns zuerst mal an, was passiert, wenn wir das CSS minifizieren. Hier steht ja schon, entfernt Leerzeilen und Kommentare zur Reduzierung der Dateigröße. Das ist schon lange Best Practice, aber was heißt das eigentlich, wenn du das noch nie gesehen hast, wie das funktioniert? Zeige ich es dir einmal. Und zwar haben wir hier, das CSS ist ja noch nicht minifiziert. Schauen wir mal in den Quellcode von HeyUni und dies ist ein Inkognito-Fenster. Das ist der HTML-Quelltext und von hier aus werden diverse Style Sheets verlinkt, vor allem hier unten. Ich möchte mal eine rauspicken, weil es nicht alle betrifft. Diese hier, die Slick Theme CSS, die mache ich jetzt mal in einem zusätzlichen Reiter auf. Und hier siehst du, das ist eine normale Style Sheet, die ist noch nicht minifiziert. Jetzt aktiviere ich das CSS minifizieren und ich muss hier bestätigen, dass diese Minifikation auch zu Problemen führen kann. Manchmal beeinflusst es das Layout, also man muss danach in der Regel auch nochmal prüfen. Crawl runter, klicke auf Speichern, die Einstellungen wurden gespeichert. Und wenn ich jetzt in den Quellcode gehe und aktualisiere, drücke auf F5, dann sieht man, hier unten hat sich was geändert. Data Minify 1. Wir machen dieses Style Sheet jetzt nochmal in einem weiteren Fenster auf. Das ist die nicht minifizierte Version und hier ist die minifizierte Version. Hier sieht man, hier wurden alle Leerzeichen und alles andere, was gekürzt werden kann, wurde gekürzt und dann sieht das Ganze so aus. Nicht mehr lesbar, aber für den Browser schneller zu laden. Übrigens, wie wir hier sehen, wurde das CSS, was direkt in die Seite eingebunden ist, nicht minifiziert. Der nächste Punkt ist das Zusammenfassen von CSS-Dateien und das bedeutet, ich bestätige auch hier, dass all die verschiedenen CSS-Dateien, die du hier siehst, zu einer einzigen Datei zusammengefasst werden. Das lohnt sich vor allem dann, wenn dein Server noch auf HTTP 1 läuft. Viele Server sind mittlerweile umgestellt worden und das kannst du herausfinden, indem du die Adresse deiner Website, zum Beispiel in diesem HTTP 2-Test, einfügst. Was ich hier auch mal gemacht habe und du siehst, heyuni.de unterstützt bereits HTTP 2. Was hat es damit auf sich? HTTP 2 ermöglicht das parallele Laden von mehr als einer CSS-Datei und mehr als einer JavaScript-Datei gleichzeitig. Theoretisch brauchen wir diese Funktion dann nicht mehr unbedingt. Aber wir tun das jetzt einfach trotzdem mal, also wir bestätigen nochmal, Einstellung wurde gespeichert. Wir sind jetzt also minifiziert und auch zusammengefasst und ich aktualisiere diese Seite mal, den Quellcode. Jetzt sind all die Dateien hier weg und zu einer einzigen Datei zusammengefasst. Ich musste erst mal ein bisschen suchen, aber das Tool hat es hier oben hinter den Title-Tag gepackt. Und wir sehen hier, es gibt eine Style-Sheet. Das ist die Style-Sheet, in der jetzt alle anderen Style-Sheets drin sind. Und die ist auch noch minifiziert. Schauen wir uns einmal kurz an. Ja, das ist eine lange, 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 lange Style-Sheet. Alles so kurz und knapp wie möglich. Ich lade jetzt einfach mal die Homepage, um zu gucken, ob sich irgendwas verändert hat. Scheint alles noch wunderbar zu funktionieren. Ja, und das gilt grundsätzlich für alles, was du hier mit WP Rocket machst. Wenn du solche größeren Änderungen vornimmst, dann stelle auf jeden Fall sicher, dass danach immer noch alles gut aussieht. Weil wir jetzt schon einige Änderungen vorgenommen haben, könnten wir eigentlich mal unseren Test hier aktualisieren. Also klicke ich nochmal auf Analysieren und lasse den Test durchlaufen. Das dauert ungefähr ein oder zwei Minuten. Für dich natürlich nicht, denn ist alles zusammengeschnitten. Das hat die Performance jetzt um ein paar Punkte verschlechtert. Ich würde sagen, da hat sich wahrscheinlich noch gar nichts getan. Hier müssen wir auf jeden Fall noch weiter Hand anlegen. Wir haben die Performance auf jeden Fall ein klein wenig verschlimpessert. Ich lasse das Feature jetzt einfach mal an, obwohl ich es wahrscheinlich im Produktionsbetrieb ausschalten würde. Denn wir haben ja hier HTTP 2. Den Quelltext brauchen wir auf dieser Seite nicht mehr, aller Wahrscheinlichkeit nach. Aber wir können ja mal schrittweise testen, was passiert, wenn wir die CSS-Darstellung optimieren. Speichern wir diesmal ab. Das Tool sagt uns, kritisches CSS wird gerade neu erstellt. 0 von 5 Seitentypen komplett. Das ist ein starker Eingriff in die Art und Weise, wie das CSS auf der Seite verwendet wird. Also dieses Feature, das hat das Programmierteam bei WP Rocket bestimmt einiges an Zeit gekostet und kostet sie noch viel Zeit. Ich aktualisiere mal. Wir kriegen jetzt dieses Update hier, kritisches CSS für Frontpage, Homepage, Post, Category erstellt. Also erstmal laden wir die Startseite neu. Sieht alles weitestgehend noch genauso aus wie vorher. Wunderbar. Und dann lassen wir den Page Speed Insights nochmal darüber laufen. Und wir haben uns wieder ein klein wenig verbessert. Mit der nächsten Funktion entfernen wir unbenutztes CSS. Ja, ich bestätige. Auch das ist theoretisch eine wirklich heftige Funktion und wir müssen mal schauen, ob das Ganze funktionieren wird. Einstellungen sind gescheitert, wollte ich gerade sagen. Einstellungen sind gespeichert und am Layout hat sich nicht viel verändert. Das hat übrigens zu einer weiteren Verschlechterung geführt. Aber ich bin immer noch guter Dinge. Machen wir einfach mal weiter. Was die JavaScript-Dateien betrifft, so kann ich hier direkt mal mehrere Änderungen auf einmal vornehmen. Also das JavaScript minifizieren und zusammenfassen. Funktioniert genau wie beim CSS. JavaScript verzögert laden ist interessant und könnte tatsächlich zur ersten Performance-Verbesserung führen. Denn wir haben ja hier sehr viele Werbeanzeigen auf dieser Seite. Und wenn das alles gleichzeitig geladen wird, dann ist es kein Wunder, dass die Seite relativ langsam ist. Und wenn ich diese Funktion hier aktiviere, dann bedeutet das, dass die Seite an sich erst mal geladen wird und erst dann, wenn ich das erste Mal irgendwo hinklicke oder vielleicht anfange zu scrollen, die ganze Werbung hinterher geladen wird. Und das wollen wir jetzt gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Also speichern. Das hat geklappt. Wir sind gerade aus den 30ern auf über 85 gesprungen, wenn das nicht mal ein bombastischer Unterschied ist. Wir sind also kurz vor dem grünen Bereich. Mal sehen, ob wir den Sprung in den grünen Bereich auch noch schaffen. Mit 85 können wir aber schon recht zufrieden sein. Also die meisten Websites da draußen, die schaffen das nicht. Mich hat jetzt noch interessiert, welche Einstellung es wirklich war, die die Performance verbessert hat. Dazu habe ich einfach mal wieder alles deaktiviert. Zuerst habe ich es mit JavaScript verzögert laden probiert und eine 53 erreicht. Und JavaScript Ausführungen verzögern aktiviert erreicht eine 89. Das heißt, diese Funktion hier ist eigentlich alleine dafür verantwortlich, den allergrößten Teil an Performance herauszukitzeln. Das liegt auch so ein bisschen an der Website selbst, also am Typ der Website. Wir haben hier einen Blog, was durch Werbung monetarisiert wird. Es gibt also viele Werbeanzeigen. Und das dauert natürlich immer ewig, die im Hintergrund zu laden. Hier habe ich jetzt übrigens mal die Website ganz frisch geladen. Ich klicke nochmal darauf, fahre jetzt mit der Maus über die Website und dann werden erst die verschiedenen Werbeanzeigen geladen. Es ist natürlich klar, dass das dann zu einem echten Performance Boost führt. Und anzumerken ist vielleicht auch noch, dass Google seine Ausrichtung halt immer mehr darauf fokussiert, es für den Nutzer so schnell wie möglich zu machen. Was eine gute Sache ist, in der Vergangenheit war es eher so, dass es hauptsächlich darauf ankam, wirklich sein CSS zu minifizieren, damit man eben noch ein paar Bruchteile von Mikrosekunden heraus oder von Millisekunden herausholen konnte. Server-Response-Zeiten und so weiter. Jetzt ist es eher so, dass der Nutzer im Vordergrund steht. Das Laden der Website soll sich für den Nutzer so schnell wie möglich abspielen. Und deswegen würde ich sagen, okay, wir können diese Funktion ruhig anlassen. Das Zusammenfassen, denke ich mir, ist nicht notwendig. Vor allem wegen HTTP 2 auf dem Server. Die Darstellung optimieren, das können wir versuchen. Wir müssen uns nur beobachten, ob das Layout überall auch gut aussieht. Das wird wirklich nicht notwendig sein. Meiner Einschätzung nach. JavaScript können wir auch minifizieren. Hier holen wir noch ein paar Mikrosekunden raus. Und diese beiden Einstellungen würde ich auch aktiviert lassen. Das gilt für die meisten Websites. Und wenn deine Website nicht auf HTTP 2 läuft, dann würde ich dir empfehlen, auch noch mit dem Zusammenfassen zu experimentieren. Mach zwischendurch aber die PageSpeed Insight Tests, um zu gucken, ob das, was du gemacht hast, auch wirklich funktioniert oder nicht funktioniert. Okay, speichern. Ich bin dann hier bereits auf ein kleineres Problem gestoßen. Und zwar auf der Unterseite Microsoft Store Seattle. Auch hier in der ungecacheden Version zu sehen. Da können wir sehen, dass es eine Google Maps Karte gibt. Die ist ganz weit oben. Wenn ich die jetzt im Inkognito Browser, also dann in der gecacheden Version lade, dann wird, auch wenn ich die Maus hier bewege und alles nachgeladen werden soll, die Google Maps Karte nicht geladen. Sobald ich jedoch auf JavaScript verzögern verzichte und speichere, dann aktualisiere, mit der Maus runterscrolle, dann wird die Karte geladen. Du siehst also hier, was für Probleme entstehen können durch die Funktionalität, die WP Rocket hier anbietet. Wir werden hier natürlich ein Bug Report einreichen, um zu schauen, ob es hier ein Workaround gibt. Und eigentlich wollen wir diese Funktion ja schon aktiviert lassen. Vielleicht braucht man aber auch nicht beide gleichzeitig, denn die JavaScript Ausführung wird ja verzögert, wenn wir diesen Punkt hier aktiviert haben. Also lasse ich den jetzt erstmal ausgeschaltet. Hey, hier ist der Sascha aus der Zukunft. Nach Rücksprache mit Kai konnte ich herausfinden, dass die erste Option dafür steht, dass die JavaScript Dateien asynchron reingeladen werden. Das heißt, die werden alle gleichzeitig geladen. Das heißt, wenn die eine JavaScript Datei oder die Funktionalität in der JavaScript Datei darauf basiert, dass erst eine andere geladen ist, wie zum Beispiel die Google Maps API, die zuerst geladen werden muss, bevor die Map selbst geladen werden kann, dann kann es sein, dass es nicht funktioniert. Zum Beispiel in unserem fehlerhaften Beispiel wurde zuerst die Karte geladen, aber noch gar nicht die Funktion, um die Karte zu laden. Okay, was jetzt tun? Die präzise Antwort ist wahrscheinlich, du könntest JavaScript verzögert laden, wenn du nur JavaScript Dateien hast, die nichts miteinander zu tun haben. Weil das so gut wie nie der Fall ist, würden wir einfach grundsätzlich davon abraten, überhaupt JavaScript verzögert laden zu verwenden. Am besten so zu tun, als gäbe es das hier gar nicht. Denn das ist wirklich nur für ein ultra special case. Kai sagt auch, immer defer, niemals async. Also immer das hier, niemals das hier. Und siehe da, auch für diese Unterseite erreichen wir eine 90. Das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Diese Unterseite besteht aus sehr vielen unterschiedlichen Bildern. Und das leitet uns gut in das nächste Feature, denn im Bereich Medien können wir auch noch Lazy Loading eben für genau solche Bilder, Iframes und Videos aktivieren. Beginnen wir einfach mal damit, das für Bilder zu aktivieren und speichern. Und nach dem Speichern, wenn ich also diese Seite nochmal aktualisiere, mich bewege, dann müssten wir eigentlich beim Scrollen nach unten sehen, dass Bilder erst geladen werden, nachdem ich sie erreiche. Das ist manchmal sehr schwierig zu erkennen, vor allem, wenn diese schon im Zwischenspeicher waren. Deswegen habe ich nochmal ein ganz neues Inkognito-Fenster aufgemacht. Wir sehen ja hier oben in dem Bereich, dass die Google Maps Karte noch nicht geladen wurde. Aber das Bild unten wird angezeigt, weil es ja schon im sichtbaren Bereich ist, hier in diesem Browser-Fenster. Ich werde jetzt mal schnell nach unten scrollen, um herauszufinden, ob das funktioniert. 1, 2, 3 und nach unten scrollen. Ja, es funktioniert, aber es ist so schnell, man kann es kaum wahrnehmen. Wenn ich jedoch nochmal den PageSpeed Insights-Test laufen lasse, dann sehe ich, dass ich nochmal vier Punkte hinzugewinne. Die testen hier natürlich die mobile Variante. Und wenn man sich das so vorstellt, auf dem Smartphone, wenn ich auf der Seite lande, kann es auch einfach mal demonstrieren, hier mit den Google-Entwickler oder mit den Chrome-Entwickler-Tools. Wenn ich also hier auf der Seite lande, beispielsweise im iPhone-Modus, dann muss ich schon mit der Maus hier rüberkommen, eventuell sogar einmal tappen, tappen und hier sieht man dann, dass alles geladen wird. Bestätige diese Box und scrolle jetzt mal schnell herunter und hier werden die Bilder nacheinander geladen. Das hier, diese Ansicht ist das, was der PageSpeed Insights-Test überprüft. Es gibt natürlich wie immer vier oder fünf verschiedene Möglichkeiten, an solche Bewertungen zu kommen. Auch in den Chrome-Entwickler-Tools ist so eine eingebaut. Die findest du hier oben im Bereich Performance, nee, Lighthouse. Und hier kannst du auch hin und her schalten zwischen Mobile und Desktop. Da wir ja hier schon die Mobile-Variante getestet haben, können wir einfach mal hier einen Performance-Test für Desktop ausführen. Es reicht hier, den Punkt Performance angeklickt zu haben. Generate Report. Und siehe da, meine Desktop-Variante ist besonders schnell. 100. Was für diese Performance-Tools allerdings schwer zu erkennen ist, ist tatsächlich, ob und wann sich das Layout shiftet. Wir haben hier ein schönes Beispiel. Ich aktualisiere mal diese Seite. Wenn sie ganz frisch geladen ist, dann haben wir hier oben nochmal, dann haben wir das Logo und die Navigationszeile. Wenn ich jetzt die Maus ein bisschen bewege, wird die Google Map geladen, aber auch das ganze Layout verschiebt sich. Wenn ich jetzt also frisch geladen hier bin und möchte dann auf diesen Reiseberichte-Link klicken, dann springt er einfach weg. Das ist natürlich nicht optimal. Und hierfür gibt es auch eine Funktion. Da frage ich mich, ob das auch hier in dem Bereich funktionieren wird, weil hier ist ja eine Werbung eigentlich eingebettet. Ich denke, dafür müssen wir auch dann iFrames und Video aktivieren. Das YouTube iFrame durch ein Vorschaubild ersetzen, das ist natürlich immer eine sehr gute Idee. Weil ansonsten werden ja Megabytes an Daten geladen zusätzlich. Und die beste Möglichkeit, diesen, nicht Jitter, sondern dieses Verschieben der Layout-Elemente zu unterbinden, ist einfach für alles eine feste Größe einzustellen. Und das macht man hier mit den fehlenden Bildabmessungen. Das wollen wir jetzt einfach mal abspeichern. Und das hat hier in diesem Fall jetzt noch nicht funktioniert. Also hier ist ein manueller Eingriff notwendig. Mir wäre also zu empfehlen, die Größe der Box ja so festzulegen. Ich bin dazu nochmal auf die Startseite gegangen und habe hier die DevTools genutzt. Mit diesem Element kann man im Prinzip so ein bisschen sich anzeigen lassen, um welche Elemente es hier geht. Und das hier scheint das Element zu sein, als bei Google. Und das Element ist 742 mal 280 groß. Dies sollte idealerweise irgendwo in eine CSS-Datei geschrieben werden, damit dieser Layout-Shift nicht mehr stattfindet. Die Funktion WordPress Embeds deaktivieren erlaubt es nicht, Embeds, also iframes und so weiter, zu integrieren von Websites, die WordPress nicht bekannt sind. Es gibt eine Whitelist. Da steht natürlich YouTube drin und Twitter und Facebook und Kickstarter und noch ein paar andere. Wenn du jetzt selbst einen Embed machen möchtest zu einem anderen Dienst, der nicht in dieser Liste drin steht und du diese Funktion aktivierst, also die WordPress Embeds deaktivierst, dann funktioniert das nicht. Und alles, was übrig bleibt, ist ein Link auf dieser Seite. Ob du das aktivierst oder nicht, das kommt so ein bisschen darauf an, ob du verstehst, was passiert. Solltest du die Embeds wirklich unterbinden und dann in der Zukunft wahrscheinlich zwei Stunden fluchend versuchen herauszufinden, warum es nicht funktioniert, dass du von einer anderen Website etwas einbindest. Grundsätzlich ist das natürlich ein gutes Security-Feature auch. Für die meisten Leute sollte das aber kein Problem sein, vor allem wenn ja eigentlich nur von dir etwas embedded wird. Sollte es sich allerdings um eine WordPress-Installation handeln, die von vielen Autoren verwendet wird, dann könnte das vielleicht ein bisschen was interessanter werden. WebP ist ein neuartiges Image-Format von Google. Das ist also wie JPEG, hat ungefähr die gleiche Qualität, ist allerdings von der Dateigröße noch etwas kleiner. WebP-Konvertierung bietet WP Rocket aber nicht von sich aus an, sondern du musst dann einen Zusatzdienst wie Imagify verwenden. Aus diesem Grund gehe ich jetzt mal hier tiefer nicht darauf ein. Solltest du viele Bilder haben, die sich mit WebP oder die sich in das WebP-Format konvertieren lassen und dadurch deutlich kleiner werden, weil du viele Bilder hast, also vielleicht auch Bildergalerien und so weiter, dann wäre es vielleicht eine Überlegung, diese Bilder direkt als WebP-Bilder in das WordPress reinzuladen und nicht hier das Plugin damit zu beauftragen, die für dich on the fly zu konvertieren. Das wäre die deutlich bessere Lösung, meiner Einschätzung nach. Damit bin ich ganz zufrieden, was die Medien-Sektion betrifft. Als nächstes gehen wir auf Cache füllen. Der Bereich Cache füllen und vor allem hier das Vorladen aktivieren. Ich persönlich bin kein großer Fan davon, aber es kann natürlich ein paar gute Gründe geben, warum man das dennoch machen möchte. Beispielsweise, und ich denke hier allen voran, ist der Google Bot. Das heißt, wenn deine Seite indiziert wird, kommt dir der Google Bot und geht auf alle Seiten oder so viele Seiten wie möglich. Wenn die alle gerade nicht gecached sind, dann dauert das natürlich ein bisschen was länger. Also als absoluter SEO-Freak würdest du wahrscheinlich hingehen und immer den Cache füllen. Aber ich finde das ein bisschen obsessive-compulsive und denke, es wird nur was bringen, wenn du dich auf ein großes Event, also zu dem Zeitpunkt kommen sehr viele Benutzer auf die Seite, vorbereiten möchtest oder wenn du immer den Google Bot im Hinterkopf hast. Die Links vorzuladen. Ich kann dir das auch gerne mal demonstrieren, denn das Vorladen von Links ist bereits aktiviert. Ich habe also hier die Startseite schon geladen und wenn ich jetzt, hier unten ist der Network Monitor an. Hier wird mir alles genau angezeigt, was wann geladen hat und so weiter. Und theoretisch, wenn ich jetzt über einen Link fahre mit der Maus, müsste die darunter liegende Seite schon mal vorgeladen werden. Mal gucken, ob das funktioniert. Als erstes gehe ich auf diesen hier, fahre also mit der Maus darüber und das hat funktioniert. Erfolgreich im Ausland studieren, 304. Das heißt, an der Seite hat sich nichts geändert und wir haben sie schon im Cache. Jetzt fahre ich mit der Maus auf die Seite darunter. Die sollte noch nicht im Cache sein. Also mal gucken, was passiert. Jetzt mit der Maus darüber und tatsächlich, wir kriegen einen Code 200 und haben die Seite 20,7 Kilobyte auch ausgeliefert bekommen. Das sehen wir hier unten. In diesem Fall, wenn ich jetzt auf diesen Link klicke, dann sollte es relativ schnell gehen mit dem Laden der Seite. Vorausgesetzt, es wird natürlich keine Werbeanzeige eingeblendet. Danke, wir schließen. Und das Laden hat tatsächlich schnell genug funktioniert. DNS Prefetch cached DNS-Anfragen. Also zum Beispiel die Frage danach, welche IP-Adresse hinter maps.googleapis.com oder fonts.googleapis.com steckt. Die meisten Plugins, zum Beispiel für Fonts und so weiter, machen das automatisch, wie man das hier sieht. Deswegen ist es eigentlich nicht notwendig. Es kann sogar sein, dass das von WP Rocket direkt kommt. Aber selbst wenn nicht, macht es meiner Meinung nach keinen großen Unterschied, das hier zu verwenden. Wenn du aber wirklich willst, kannst du hier vielleicht noch ein paar Millisekunden herauskratzen. Fonts vorladen könnte hingegen vielleicht ein bisschen interessanter sein. Ich schaue auch hier im Quelltext mal nach, nach WoW und siehe da, wir haben tatsächlich einen Font. Der ist vom Astra Theme. Und alles, was ich hier gemacht habe, ist diese URL, also diesen Teil der Adresse hinter der Domain, rauskopieren und hier rein und dann speichern. Und jetzt wird auch dieser Font vorher, also vorgeladen sozusagen. Zum Thema Fonts vorladen habe ich hier auch noch einen Tipp und zwar das Plugin OMGF, Optimize My Google Fonts. Das macht das Laden der Google Fonts nicht nur datenschutzkonform oder konform mehr. Denn jedes Mal, wenn ein Google Font geladen wird, trackt Google das natürlich auch, sondern potenziell auch schneller. Es gibt hier eine Free Version und eine Pro Version, welche du brauchst, musst du dir mal genauer durchlesen. Sollte dich das Thema interessieren, dann hinterlass auf jeden Fall mal einen Kommentar. Vielleicht machen wir dann in der Zukunft auch ein Video zu Optimize My Google Fonts. So kann sie der Browser cachen. Es ist nicht zu empfehlen, externe Fonts vorzuladen. Und es ist vor allem auch nicht zu empfehlen, angenommen du verwendest verschiedene Fonts auf deiner Website. Sagen wir, du verwendest zehn verschiedene Fonts, für jede Unterseite einen Font und du hast zehn Seiten. Dann macht es natürlich keinen Sinn, alle zehn Fonts vorzuladen. Denn das würde das Laden der ersten Seite ja drastisch verlangsamen. Die erweiterten Regeln werden die meisten Leute wohl nicht brauchen. Aber für die Spezialisten unter uns, beispielsweise hast du vielleicht unter dem Unterverzeichnis App Daten hinterlegt. Oder da liegt eine App, die dynamisch Daten generiert, die auf jeden Fall nicht gecached werden sollen, weil die sich, keine Ahnung, alle paar Sekunden ändern, zum Beispiel. Dann kannst du dieses Verzeichnis mit dieser Anweisung ausschließen. Auch Cookies lassen sich vom Cachen ausschließen und Browser mit bestimmten User Agents. Wann braucht man sowas? Zum Beispiel, wenn du mit einem bestimmten Crawler oder so, den du selbst bedienst, auf jeden Fall immer die frischen Inhalte abrufen möchtest. Theoretisch könntest du hier auch den Google Bot angeben. Würde meiner Meinung nach aber sehr wenig Sinn machen, weil den möchtest du ja so schnell wie möglich beliefern. URLs, die immer mit gelöscht werden sollen und auch Query-Strings deren, die man cachen kann. So wie es hier in der Hilfe angegeben wird, zum Beispiel sowas wie Country gleich Italy. Ansonsten würde ja nur die URL Page gecached werden, aber je nach Query-String könnte das, was auf der Seite steht, unterschiedlich sein, also dynamisch sein. Also auch das alles kannst du über die erweiterten Regeln einstellen. Im nächsten Punkt haben wir die Datenbank und hier können wir verschiedene Revisionen und Entwürfe bereinigen. Das ist normalerweise nicht notwendig, außer dein Hosting-Server, der ist wirklich ein bisschen schwachbrüstig. Wenn du meinst, du hättest damit Probleme, kannst du das mal probieren. Sozusagen als Last Resort oder das Letzte, was du ausprobierst, wenn du wirklich starke Performance-Probleme hast. Ansonsten würde ich hier vermeiden, ständig drauf zu klicken. Das wird nicht unbedingt etwas bringen. Vor allem werden wir auch gewarnt, dass es notwendig ist, vorher ein Datenbank-Backup zu machen, denn das Skript greift hier direkt in der Datenbank ein und das ist vielleicht nicht so optimal. Also ich würde es auf jeden Fall, und ich werde es hier auch bei heyuni.de, weil es ja nicht meine Website ist, nicht ausprobieren. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass Kai Backups hat. Ein Content Delivery Network ist quasi ein externer Zwischenspeicher. In der Regel sehr sinnvoll, wenn du, naja, zweierlei Probleme hast. Erstens, du hast sehr viele Besucher, die von überall auf der Welt zugreifen. Und das muss nicht heißen, dass deine Inhalte vielleicht auf Englisch, Deutsch, Chinesisch, Japanisch sind. Das heißt einfach nur, dass es viele Leute auf der Welt gibt, die eben auch auf deine deutschen Inhalte zugreifen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt in Australien im Urlaub bin oder so, und ich rufe dann deine deutsche Website auf, dann wird die mir deutlich langsamer angezeigt, als würde ich direkt in Frankfurt sein zum Beispiel. Das zweite Problem, gerade wenn du sehr erfolgreich wirst, dann kann es sein, dass dich andere Neider sozusagen gerne attackieren wollen, und die schicken dir dann viele sogenannte Denial-of-Service-Anfragen oder einfach Massenabfragen, Massenaufrufe zu deiner Website, sodass die abstürzt oder der Server abstürzt, einfach nicht mehr erreichbar ist. Und so ein Content Delivery Network, weil da in der Regel große Unternehmen mit riesigen Rechenzentren dahinter stehen, die können so etwas deutlich besser abwehren. In dem Fall würde ich dir empfehlen, dich hier in dieses Thema nochmal einzuarbeiten und dir dann entweder das Content Delivery Network von Rocket CDN zu holen oder vielleicht auch von Cloudflare oder Sokuri oder eines der vielen, vielen anderen, die es gibt. Im Heartbeat-Verhalten würde ich auch nicht unbedingt etwas ändern. Heartbeat, das sind Anfragen, die im Hintergrund ablaufen, zwischen dem CMS und dir oder der Website. Hier in der Hilfe-Sektion wird mir auch mitgeteilt, wenn ich hier draufklicke, um was es hier für Funktionen geht, also Autosave zum Beispiel oder Notifikationen, Realtime-Daten. Die betreffen in der Regel den Admin oder die User der Website selbst, also die Betreiber der Website. Theoretisch, angenommen, du hast eine dieser Websites, wo hunderte von Teilnehmern daran mitmachen, also nicht nur, du erstellst deine 100 Unterseiten und die Website betreibst du als Blog, sondern es geht hier wirklich eine Community ab, dann kann es theoretisch sein, dass du den Server mit der Kontrolle des Heartbeats etwas besser unter Kontrolle hast oder besser entlasten kannst. Hier im Bereich Add-ons gibt es noch ein paar Plugins für WP Rocket. Die beziehen sich eigentlich immer auf das Cachen mit Varnish. Sagen wir so, wenn du weißt, was Varnish ist, dann kannst du das vielleicht gebrauchen, ansonsten brauchst du das wahrscheinlich nicht. Also normale Websites brauchen das in der Regel nicht. Und falls du Cloudflare oder Sucuri verwenden solltest, dann kannst du hier auch Support dafür anschalten. Solltest du diese Dienste nicht gebrauchen, dann brauchst du natürlich auch diese Plugins nicht. Wenn du möchtest, kannst du den Service Imagify von WP Rocket verwenden, um deine Bilder massenhaft zu komprimieren oder aber natürlich schon von dir fertig komprimierte und optimierte Bilder hochladen. Ist wahrscheinlich sogar noch eine bessere Idee. Aber wenn du magst, dann probiere den Service durchaus einmal aus. Einstellungen lassen sich exportieren oder importieren. Das ist eine gute Idee, sobald du mit allem fertig bist und zufrieden bist. Und was ich auch ganz cool finde, macht nicht jedes Plugin, aber du kannst auch auf eine Vorgängerversion wiederherstellen, falls ein Update mal irgendwie Probleme bereitet. Ja, und zu guter Letzt findest du in den Tutorials noch einige nette Videos. Die kann ich nur empfehlen, sich mal anzugucken. Hier sind noch ein paar Hintergründe erklärt. Ich denke aber, wir haben auch das meiste in diesem Video besprochen. Für einen geschriebenen Beitrag schau einfach mal auf der Website vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Description Box. Falls dir dieses Tutorial gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr über einen Like freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzumachen. So wirst du immer informiert, sobald ein neues Tutorial von uns rauskommt. Eine 100 habe ich zum Schluss nicht geschafft, aber mit einer 99 bin ich doch recht zufrieden. Und wenn du deine Performance auch verbessern willst, dann klick einfach mal auf unseren WP Rocket Link. Wir können dir dieses Tool auf jeden Fall aus ganzem Herzen empfehlen. Wir verwenden es selbst auf vielen unterschiedlichen Websites. Deswegen bekommt WP Rocket von uns zwei Daumen nach oben. Das war's von mir. Mein Name ist Sascha. Ich liebe WordPress und Technologie. Bis zum nächsten Mal. Goodbye.